Ist das richtig, dass der Daniel Flottmann Geburtstag hat und mir keiner Bescheid gesagt hat? Euch ist doch klar, dass ich jetzt aufs Feld grüllen muss, um den zu gratulieren. Das ist mir scheiße! Daniel Flottmann, für den haben wir uns damals entschieden. Damals, weil wir gedacht haben, das ist für uns der richtige Mann, um, 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 um Geburtstag in diesem Verein zu feiern. Daniel Flottmann ist ein klassischen Verteidiger, äh, 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 Das bedeutet mir jetzt persönlich nicht so viel. Tatsächlich. Wobei... Das heißt doch, wir feiern! Daniel! Alles Gute zum Geburtstag! Alles Gute zum Geburtstag! Danke Gott! Bitteschön!